So, es geht wieder weiter mit Let's Play Actuator und, ja, ich muss sagen, alle natürlichen Ressourcen wurden aufgebraucht, die Stadt ist übervölkert, es ist kein Platz mehr für irgendein Lebewesen, nur noch die Menschen leben, nur, und ich bin ein Level hoch, ein Level hoch, ein Level ab meine ich natürlich, ein Level hoch, ja, wir werden jetzt gegen das Monster kämpfen, mhm, zumindest versuchen wir das, wenn irgendwie sie alle mal zerstören, werden die Menschen nicht mehr fürchten, seid ihr bereit, für Glück, ich brauche dein scheiß Glück, nicht, hab ich das schon mal gesagt, gut, und wenn man von oben die Kamera runter geht, dann sieht die Karte auch wirklich so aus, wie man sie gebaut hat, natürlich, Und wir können dreimal Stardust anwenden, sehr schön, zick, oh, der Pharaon-Kopf aus Mario geklaut, nein, Schlangen, Mumien, die Mumie lebt, jetzt kommt noch, der Pharaon, nein, oh, fuck off, Ja, was wird wohl der Endgegner sein, das ist ja sowas von, überhaupt nicht ersichtlich, Uh, es wird der Pharaon sein, oh, oh Gott, das war gemein, nein, was hast du denn für ein Skill, ich bin Gott, ich hab den, oh, mega, mega, Skorpion, der nichts kann, Skarabeus, Skalantus, okay, was hat das zu bedeuten? Na, oh, 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 Wum, wum, schlecht, Oh, schlecht, 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 Gott, kein Licht, er ist nix, er kann nix, er wird nix, Miraculix Zack, zack, zack Guckt ihn euch an Er hat genauso viel Grips wie ein Spatzfleisch an der Kniescheibe Aber das macht ihn überhaupt nichts Zack, zack Und da ist er Da ist er Der Megagott Nein Schon wieder zu geil Wieso stirbst du an so einen scheiß Stachel Du bist doch Gott Du darfst doch nicht an so einem Bulls sterben Das ist doch schon wieder ätzend Wie viele Magiepunkte ich schon hab Das ist Ist ja schon nicht mehr lustig Was ist das denn? Hüah, hüah Gut Zack Wow Haha, nicht zack, das war Trick 18 Okay, warten wir noch mal ne Runde Na wunderbar Na wunderbar Was war das denn? Ein Leben war das Ein Leben zu geben Gut Nein, das ist nicht gut Nein 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 Du Vollidiot Oh Mann Ey Gott, du bist so dämlich Ey, wenn ich nicht wüsste, dass du Gott bist Würde ich sagen Du bist irgend so ein dämlicher Bauer Alla Alla Mann, ey So stet Du bist Der Master Der Master Ist doch nicht so Doch nicht der Master Alla Alla Aber das auch noch Das nervt mich hier so ein Schädel Alla 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 Das ist nicht lustig Aber da oben ist jetzt wieder ein neues Leben Alla 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 Scheiße Ist klar Wieso Ja Hat die Fresse Du Will er es nicht hören Das gibt es doch nicht Das ist genau so uninteressant wie Jemand Fangen wir nochmal von vorne an Na gut Konzentration Ach komm Nimm ihn auf den Sack mit deinem Scheiß Mann, Mann, Mann Gibt es doch nicht Geh weg Nein Geh weg Aber ich frag mich wie er hier jetzt da das zaubern kann Wenn das eine Pyramide ist Ja genau Gib es mir Gib es mir Es verdient Gott hört alles Ach, das ist das dämlichste was ich je gehört Nein, er schon wieder Dieser Vogel Regne es auf Geh Stirb Okay Jetzt kennen wir die Stelle Zack Zack Schon runter hier Der Skorpion der in die falsche Richtung schießt Rüberspringen Hier über die Schlangen Gedöns Magiepunkt abstauben Noch fünfmal sterben Damit wir nochmal 20.000 Magiepunkte Äh Nehmen können Zack Oh, la, 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 heilige Scheiße Heilige Was ist denn jetzt los Gott, du bist so primitiv Wenn ich nicht wüsste, dass du Gott bist, würde ich sagen, du bist kein Gott Na gut, zumindest haben wir die St... Na ja Er kann nix dafür Sein Vorfahrer war der Blob Ach, er ist doch nur Gott Kein nix dazu So, volle Energie Äh, nochmal ne Runde warten Und warten Und runterspringen Zack Ah, stirb Wo ist er denn reingelaufen? Naja, egal Huch, Krallern So, nicht auf das Blaue springen Das ist... Macht ganz doll Aua Weiß gar nicht, macht das Aua? Ich glaube, dann gehen diese Brutzelteile an Über meinen Kopf Schweben Oh, nein, nicht Du Sau Jetzt bin direkt zwei Zwei Punkte ab Diese Pharaon-Köpfe Was machen die eigentlich hier? Die hab ich hier nicht hingebaut Ich hab's auch keinem Menschen befehlt Schlag dir den Kopf zu Brei Alter Das ist nicht lustig Das ist voll Das ist einfach nur schrecklich Ja, und wir machen hier hoch Und zack Es gibt nur ein Gott Und das bin ich Und nicht irgend so ein Pharaon Nein Halt auf Mit auch ein balasphemischen Äußerungen Das macht mich wütend Innerlich Nein Nein, 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 nein Nicht da reinfallen Nein Nein Das hab ich nicht gesehen Fuck Aber so richtig Da sag ich doch Sag ich doch Die bringen mich hier um Die machen mich total Allah Allah Nicht Allah Das sollte auch von Allah so sein Das ist nicht gut Das ist gar ne gute Wortwahl So Nein Zick Na gut Ach Schlingelis Ihr habt Keine Chance gegen den Master Der Master Auf Pappels Oh, kaputt Kaputzki Oh, kaput Boah, ich dreh gleich durch Ich dreh gleich durch Ich raste gleich komplett aus Da muss der Controller Irgendwo Hin entweichen Nein, Quatsch Doch, muss er Mann, dieser Geier Der geht auch in den Sack Boah Nein Was soll das denn Dein Scheiß Pfeil Da immer Kommt ja nie her Nicht her Warum Dieser Geier Da Geier Walli Haha Gut